Wuihia, wow! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr habt es schon gesehen. Drei Minuten, tun wir mal was für unser Körper, für unser Wohlempfinden, in das Immunsystem steigern und dass wir wieder wach werden, richtig? Und das jeden Tag für drei Minuten, das stört nicht, das kostet keine Zeit. Wir fangen an. Dein ganzer Körper fährt gerade hoch, dein Blutkreislauf wird gereinigt, Sauerstoff wird überall im Körper geliefert und dein Immunsystem wird stärker. Schau, dass deine Bewegungen sich gut anfingen, bewege dich frei und du kannst ruhig kreativ dabei sein. Probier dich aus. Fühle, wie dein Körper immer mehr lockerer und schmerzfreier wird. Genieße die Flexibilität. Fühle, wie dein Körper immer mehr lockerer und schmerzfrei wird. 3 Minuten gehen so schön rum, man aktiviert einmal kurz den Körper, man wird wach, ihr müsst jetzt wieder da, man kann raus und den Tag beginnen, schön, dass ihr mitgemacht habt, wenn es euch gefallen hat, macht das routinemäßig, guckt es nochmal an, ihr müsst es nicht alles nachmachen, seid kreativ, haut rein, ciao.